Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Offizier-Video. Bevor ich aber über Eurydice, oder auf Deutsch kennt man ja aus einem Theaterstück Eurydice, komme, möchte ich dann schon noch sagen, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auf die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns mal unseren epischen gesetzlosen Offizier hier an. Eurydice gehört zur Klasse Ingenieurwesen, das heißt du brauchst Ingenieurabzeichen, um sie abzugraden. Sie gehört zur Gruppe Gesetzlose, das heißt sie bekommt Synergie von anderen aus der Gruppe, wenn sie Captain ist und gibt Synergie an andere aus der Gruppe, wenn die Captain sind. Zur Fraktion gehören sie zu keiner. Das bedeutet leider, zum Upgraden braucht man wieder die unabhängigen Credits und die sind ja schon relativ schwer zu kriegen. Wenn du was über Eurydice wissen möchtest, ist hier wie immer ein Infotext zu ihr in der Infobox. Das würde jetzt aber zu weit führen, da ins Detail einzugehen. Du möchtest sicherlich lieber was über die Fähigkeiten wissen. Sie hat einen Kapitänsmanöver, das heißt Opportunist und das bedeutet, wenn das Schiff Schildgesundheit aufgrund eines Waffenangriffs verliert, erhöht Eurydice den Schaden der Waffen um 10% und das soll dann auch noch ansteigen. Ist natürlich eine nette Geschichte, vor allem Schildgesundheit verliert man normalerweise andauernd in so einem Kampf. Dann hat sie aber noch eine Offizierfähigkeit und die heißt Delta Quadrant Technologie, warum auch immer. Wenn die Schilde erschöpft sind, hat Eurydice eine 55% Chance, die Schildgesundheit um 5% zu heilen. Das heißt, das ist eine nette kleine Ergänzung, dass du Schilde zurückbekommen kannst, obwohl die Schilde futsch sind. Das kann möglicherweise sogar ein bisschen helfen, wenn du in deiner Anfangszeit anfängst, diese Level 49 Transporter in Sol, Kronos und Romulus zu jagen. Weil es gibt da so eine Stufe, wenn man anfängt, die zu jagen, wo man möglicherweise immer nur knapp davor scheitert. Und dann kann eben diese Fähigkeit von Eurydice möglicherweise helfen. Ich habe aus dem Grund Hipster-Matt für eine etwas andere Fähigkeit da eingesetzt. Aber Eurydice wäre da vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber das ist immer so für Kämpfe, wo man ganz knapp nur dran scheitert. Dann kann man das ausprobieren. Ich habe Eurydice jetzt nicht besonders oft eingesetzt, aber es gibt sicherlich diese kleinen Situationen, wo sie sehr viel Sinn machen. Und wenn man das Glück hat, sie früh zu bekommen, dann sowieso, dann ist sie ja nicht der schwächste Offizier. Aber als epischer Offizier hat sie auch drei mögliche Fähigkeiten für Außenteams. Und das ist das, wo ich sie heute einsetze. Das ist trügerisch, charismatisch und Händler. Da muss ich sie noch ein bisschen weiter ausbauen, weil ich schicke sie wirklich die ganze Zeit nur noch auf Außenteam-Missionen und eben benutze sie auf keinen Schiffen. Aber da ist sie dann auch sehr hilfreich. Und deswegen muss ich mal wieder mehr von den Fähigkeitspunkten sammeln, um sie abzugraden, weil das auch relativ gefragte Fähigkeiten sind, die immer wieder vorkommen bei mir in den Außenteam-Aufgaben. Und da setze ich sie dann auch ein. Du möchtest natürlich auch wissen, wie man an Eurydice rankommt. Da haben wir einmal die Geschichte in den Fraktionsshops bei den Gesetzlosen. Denn da gibt es ja auch einen Offizier-Austausch, nämlich den Gesetzlosen-Rekrut. Und da findest du eben die Gesetzlosen-Offiziere sogar zweimal matt, aber eben auch Eurydice. Wenn du hier umtauscht, hast du halt die Möglichkeit, auch vier Eurydice-Charts, also Teile, zu bekommen. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, wenn du schon etwas weiter bist und zumindest schon mal in der Lage bist, dass du mindestens einen seltenen Offizier schon maximiert hast, dann hast du ja die Transporter-Musterpuffer. Und hier sollte Eurydice auch dabei sein. Da ist sie. Dann kannst du sie nämlich mit Transporter-Musterpuffern auch eintauschen. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, war Eurydice, glaube ich, sogar noch im Missionsschlüssel-Rekrut mit drin. Ne, das war sie nicht. Da war Matt drin. Ja, hast du einen Gesetzlosen, hast du alle Gesetzlosen. Das verwechselt man dann gerne. Nein, aber in der Transporter-Pattern-Geschichte, also Transporter-Musterpuffer-Geschichte, ist sie, wie gesagt, da hinten auch mit drin. Und sowieso ganz normal über die Gesetzlosen-Rekrutierung. Ich habe ja gesagt, dass ich Eurydice heute nur noch einsetze für Außenteam-Aufgaben. Wenn du sie für ganz andere Sachen einsetzt, schreib es bitte auch in die Kommentare. Es ist immer gut, gerade für neue Spieler zu wissen, wie andere Spieler, die schon länger spielen, so die Offiziere einsetzen. Aber auch, wenn du ganz normal Fragen hast oder Video wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist direkt hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.